Die sind sehr anstrengend, du hörst mir die ganze Zeit. Du machst dir so eine kleine Druckplatte. Wenn die draufsteht, dann geht die runter und dann kommt was da raus. Das finde ich viel. Wie machst du's? Weiß ich noch nicht. Aber nächstes Heimwerker-Projekt. Aber was auch das nächste Heimwerker-Projekt ist, ist dieses Set von Magic und Le Fruzy. Ein kleines Heimwerker-Projekt. Die haben letztes Mal auch schon gespielt, ne? Warum heißt Eiland Lass? Le Fruzy. Le Fruzy. Das ist Lele. Weil was bekanntlich für Magic steht. Ich hörte, du fragst, was Lele ist. Lele ist eigentlich mein Bruder. Also, Shoutout zu meinem Bruder. Shoutout zu Lele. Shoutout zu Lele. Okay, Shoutout zu Lele. Kannst du uns ein bisschen Insights auf diesen... Ja, klar. So... Vielleicht gehst du ihn ein bisschen weg, damit es nicht helfen wird. Oh ja. So... So... What about Magic? So, okay. There's this thing in Italy, where... Like, it's mostly our perspective. But I think it's pretty accurate. Where... Like, everyone is kinda... I don't wanna say lame, but... Lame. Like... Lame. No, I don't really wanna say lame. But you don't wanna say lame, but it's close to lame what you mean. It's not as swag as the average, I would say. Not as swag as the average. You heard it here first. Something like that. Okay. And... Um... And like me, Magic and Lele come from the same place. I like the three-fourths of the swag players in Italy. Oh. Oh, okay. We like to say that. I thought this was like... This is gonna be like... Yeah, we're kinda lames. Like, we're really sorry about it. But then they're like, no, we're the only sick Italians. No, no, no. Only sick Italians come from the... Wait, who's the last sick Italian? Uh... Smarted. Smarted? Smarted. Smarted, the other sick Italian? Yeah, he's fucking sick. Uh... He's sick, but I would say... There's... There's like... Me, Magic, and Lele. And also there's a guy from Rome. He really goes for the swag stuff. Who is it? What's his name? Uh... Overlord? Overlord is sick. He's a Marth player. Yeah, he's a very old school player. He's very sick man. Shoutouts to Overlord too. Shoutouts to Overlord too. Shoutouts to Overlord. Shoutouts to Italy. Shoutouts to Italy. Aus dem Kühlschrank. Du kannst ja aus dem Kühlschrank nehmen. Im Kühlschrank ist ganz mehr. Im Keller ist noch. Im Keller ist eine Kasse. Achso. Du kannst nächstes Mal welches mitbringen. Und dann gebe ich dir das Geld zurück. Wir haben noch Zapftab. Wenn du willst, aber... Wir müssen bald wieder spielen. Dann kannst du ja dann auch... Okay. Weil du ja dann Zeit hast. Ich glaube, Ufas hat noch ein paar Sachen mitgenommen. Zapf glaube ich. Ich werde ihn so schwitzen lassen. Ja, es ist noch Zapf da auch. Bei mir. Ich warte dann noch eine Runde. Na ja, also... Thomas, ich könnte schon... Du kannst auch meinen Rat nehmen, wenn du willst, Thomas. Ich find's immer... Ich find's immer geil, wenn irgendwo mal einfach nur vier Leute beim Commentary sind. Ich find's fast. Ey, das tut du doch auch den Zapf hier kümmern. Ey, das tut du doch den Zapf hier kümmern. Ey, okay. Aber Max... Oder nimm dir einen Sterni. Wie du willst. Oder beides. Du hast eigentlich Ufas Geld gegeben für das Urteil? Ähm... Er ist nicht wiedergefallen. Oh... Ein solider Zwei-Stock. 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 Ja. Danke. Heute spielen Charlottenburg gegen... Rest der Welt. Italien. Italien. Ich dachte, wir können irgendwie machen, dass es sich reimt. Hertha BSC... Welcher... Welches ist die schönere Altstadt? Rom oder Charlottenburg? Italien oder Charlottenburg? Italien. Und ich würde sagen, das Fox Ditto zeigt ganz klar... Italien. Charlottenburg. Was? Oh ja, es ist unfair Maxi gegenüber. Wir müssen es auf Englisch sagen, dann verstehe ich es. Was hat Maxi gesagt? Ab Italien. Ja. Okay, das ist das. Okay, das ist ein Geldmatch für... Wir reden über die schönere Altstadt. Whose Habitat ist die schönere Altstadt, oder? Habitat! Whose... Whose Area? Whose neighborhood? Er ist nicht ein Altstadt. Er ist ein sehr lustiger Ort. Er schützt all der Italien und er schützt Charlottenburg. Also... Ja, aber Maxi ist ein Tier. Wir gehen mit Primero, wo wir sind. Okay. So Primero gegen Charlottenburg. Charlottenburg, ja. Er ist nicht so gut für Primero, jetzt. Ich glaube, das ist warum die Hausse sind so günstig. Oh mein Gott! Oh shit! Let's go! Let's go Primero! Er... Was ist dein Let's go? Er... 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 Er könnte so sein... Er wie heima... Yoni! Engi du am Pu... Mumme Angi amor! Umm Wamme Angi amor! Or like zigkitz! Was ist wie... Wir sagten, гру Terror! Gefickt wie ein zu Bu... ... Aber insofern von Rett ist es so, wie... Bitte was? Oh nein! Nein, Doosan war schlimmer, Doosan sagte etwas... Ja, ja. Nein, nein, wir können das sagen. Wie ein Donke. Oh nein, nein, er sagte etwas viel schlimmer. Oh ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Die ESG viewers werden uns töten. Ja, ja. Lass uns mit Donke. Das war der erste Mal. Es ist so lustig, dass wir noch nicht gebellt worden sind. Primero ist in diesem Spiel. Nein, er hat nichts mit der Zeit an. Das war ein F��er. Oh, du bist schon. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich weiß nicht. Du hast mich gefragt. Ich glaube, das ist, was er gesagt hat. Oder Berlin bleibt tot. Ich liebe, dass man ein bisschen verletzt, Man sieht ein bisschen an der Tafel auf der Kamera, und es ist die einzige Bedeutung. Ja, ja. Es ist ein einziger Krack in dieser gesamten Tafel. Es sieht immaculat aus der Tafel. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, Charlottenburg punished? Beep, 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 beep. Ich mache es angeschaut. Oh, mit Schild. Schild, Schild. Schild, 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 und Gona John, der sagt, dass er wahrscheinlich verloren hat, weil Lele nicht auf der Kamera zu sehen hat. Wow, natürlich. Okay, aber Ströckchen war nicht auf der Kamera. Du kannst ihm den Link auf den 3. Ja, eigentlich. Oh mein Gott! Das war nicht auf der Grund. Nein, er hat es. Das war 100% auf. Er hat es auf der Grund. Ja, manchmal wird es auf der Grund und niemand weiß, was er ist. Oh, okay, das war sick. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! He kann an Upsmash, aber du wirst nicht. Du wirst nicht auf die Schild. Super! Klasse! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Falls du leben? Still living with that bacon. Yeah. Tuss für Schloss Charlottenburg! Für Schloss Charlottenburg, für die Adligen wirklich tusen, tu es Falsch! Oh mein Gott! Tuss die Bismarck Straße! A fully charged Lelele. Nice, nice recovery. Lele ist das Zero Elmero Sprache, oder? Oder wer hat das gesagt? Ne, das war Lele. Wer war Lele? Alle. Das sind ein paar deutschen Rappern. Das sind alle deutschen Rappern. Also sie finden keine Worte für ihre Melodien? Oh, okay. So sie sagen Lelelele. Wir gehen mit La 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 La. Ja, das ist technisch, ja, das ist supposed to go in German, too. I don't know. I don't know where the Lelele comes from. I've never heard Lelele. Ja, ja. Na, na, na. German Rappers say Lelele. German Rappers say Lelele. Yeah. But like, why? My God, magic is going off right now. German Rappers go different. The one did this. Exact same edge guard. Box STI. And then, you know, he doesn't want it. Box STI. Let's go. Nerf Box. Do not nerf the Box, at least until after this time. Oh my God. Okay. Okay. That was good. I think Lelele is watching now. Hat er die neue Box version, wo man, glaube ich, weniger Frames? What's happening? Oh, okay. Lelele just went to the screen. Yeah, he was like, yeah, he's got this. He's got this. I don't care anymore. Oh. Oh. Okay. Is that good? Oh my God, Moxie. Dang. Oh, ho, 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 ho. The pixel perfection. Wow. How are these guys are losers? I thought you said both these guys are losers. How are these guys are losers? Yeah, that guy just sounded like that. Oh my God. 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 Is that it? Oh. Yeah. This was losers top eight. That was losers top eight. Yeah. Okay. Okay.